hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen folge vom polybridge so dann schauen wir mal was müssen wir hier machen 18 meter gut okay gut nun endlich straßen also gut das heißt schon mal keine sprungschanze ich habe 32.000 guck mal da könnte ich schon wieder so etwas ganz leichtes machen dass er hier wieder rüber fährt und da mache ich hier wieder so ein steilgerüst rein und das ist eigentlich nur noch holz hatte ich die runde nicht schon habe ich versehentlich nach falschen runde wieder eingelegt nein ich glaube ich glaube nicht dass ich die schon hatte kommt mir aber ziemlich bekannt vor da habe ich glaube ich hier in die mitte ein reingesetzt so ja genau dann hatte ich hier so runter ach ich hatte hier noch steilgerüst reingesetzt steilgerüst im draht das habe ich diesmal nicht das wird ja nicht mal so schlimm sein sooo zack 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 ach da sieht doch Mais aus ich finde Mais wie heiß guck mal ich könnte auch das einfach so machen dann habe ich hier auch so gestalten dann habe ich hier auch so gestalten bestimmt da war eigentlich noch war da noch was gewesen? ich weiß es nicht hm nein egal da muss weiter runter ja so brauche ich nicht so jetzt kommt der Dampf war ein schwereres Auto kein Problem landes war auf dem Kopf aber ja leerst durch er ist auf einer anderen Seite so wie er wollte oh 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 das wird jetzt ja richtig heavy wie viele Straßen habe ich? T 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 Oh, man. Warum drücke ich denn immer da drauf? Kann doch nicht wahr sein hier. Was für ein Heck ist denn das? So, jetzt haben wir hier auch ein bisschen Holz. Nein! Okay, gut. Ich zieh mir den nach dem Gegend nicht. Ich zieh mir den so hin. Da auch nicht. Auch so. Okay. Das hat doch irgendwie was. Ich weiß doch nicht was. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Weiter. Weiter. Nö, da nicht. Das machen wir einfach so. Oh, warum ist denn das so? Das ist doch gar nicht nett. Ich muss gleich wieder so viel hin und her schieben. Na gut. Machen wir erstmal den hier fertig. Da kam ein Bus oder war es nur zwei normale Autos? Okay, gut. Das wird ja nicht ganz so schwer sein. Nein. Jetzt. Ich weiß nicht. Womit hab ich das verdient? Ich muss auch nichts sagen. Wim 29 Oktober. Und unten. nothin'm. Dann. 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 Der Zweite kommt nicht durch. Hexy Hexy. Der schafft das nicht. Oder doch? Oh, ich bin erstaunt. Ja. Das war ja mal richtig nice. Oh, wieder normale Brücke ohne Sprung. Oh, schön schön. Da kann man wieder so schön rüber bauen. Oh, aber mit 16 Daumen lassen wir ein bisschen übel. Schauen wir mal wo wir sind. In der letzten Runde? Nein. Wie in der letzten Runde? In der ersten Runde von hier. In der ersten Runde von hier. Das ist auch gut. Den habe ich doch gemacht. Warum ist der da nicht grün? Warum ist der nicht grün? Das war doch mein Megasprung gewesen. Wo ich eine ganze Folge für gebraucht habe. Na egal. So. Gut, wir sind in der nächsten Folge hier. In der nächsten Dingens. Bummens. Na? Ihr wisst schon. Das heißt. Achja. Ein runter. So. So. Guck mal. Wenn ich die ganze Zeit so weiter baue. So kriege ich irgendwie fast alle Brücken hin. Wenn das Budget immer stimmt. Wenn das Budget immer stimmt. Ich denke mal jetzt wird es wieder ein bisschen knapp werden mit dem Budget. Okay. Mit 16.000. Ein Buster braucht zwei Verstrebungen übereinander. Die Autos schaffen Bannholz mit einer Verstrebung. Und ja. Ne. Deswegen würde ich sie ein bisschen knapp werden. Aber ich denke mal. Ich habe sie auch. Ich habe heute gar kein Minecraft gespielt. Fällt mir ein. Uh. Jetzt habe ich mir doch schon einen Server gekauft. Und ich spiele doch nicht mal auf dem Server. Oh. Schon über Budget. Wie ich schon sagte. Budget wird wahrscheinlich ein bisschen knapp werden. Hmmm. Einen runter. Ja. So sieht süß aus. Hmmm. Guck mal. Wenn ich jetzt einfach so. So was so hinbaue. Stützt er sich dann da ab? Ich will es hoffen. Hmmm. Die waren ein bisschen. Ja. Machen wir ein Kripp aus. Zack. Ja. Jetzt können wir es wieder abmachen. Dann eben aber wieder aus. Wieder irgendwie besser. Bäm. 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 Guck mal. Den setze ich genau so ran. Bis er sich da gleichmäßig abstützt. Mal hab das... Das hier sieht scheiße aus. Na egal. Mal wieder ein Kripp an. Na gut. Mal was so. Ja. Bäm. Sagt man nur etwas, was sagt man dazu? Sieht das nicht schön aus? Ich finde das ist schön. Hm, das bringst du mal hoch. Fährt alles auch noch gleichzeitig los. Aber das ist ja egal. Entweder hält die Brücke oder hält nicht. Wie schaffe ich das mit dem Budget? Das ist wirklich, wirklich schwierig. Da ist Rom. Da sind die Alpen. Von Tirol nach Rom. Vielen Dank. Das schmeißt man sich. Juh malig. Juh malig. Eben, Juh malig. überlegen was würdest du machen eigentlich für euch im flugzeug nehmen dann müssen wir die wachschöpfung der ist aber schon ein bisschen weiter gekommen aber nicht weit genug so kommt hier noch ein ding ins rhein das kreuz das ist doch kein richtiges kreuz oder vielleicht doch ich denke nicht runter oder der musste ein hoch oder ich weiß es nicht oh Alter springst du sehr trip off nein das geht so nicht der sprung der darf nicht so stark sein ich habe mich gerade schon so gefreut dass er da nicht abgesoffen ist hier vorne müsste ich es noch irgendwie verstärken ja was mache ich denn da oh da oh kann ich das hier ein bisschen preiswerter machen das kann doch nicht wahr sein da kommt dagegen oh 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 so läuft es ja okay dann muss ich das irgendwie ein bisschen anders machen dann machen wir wieder Crip rein das ist ein bisschen teuer wisst was mache ich jetzt 109 war zu viel so 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 der geht nicht runter der auch nicht der geht runter und der auch der nicht der nicht der geht runter geht er jetzt auch runter jetzt doch nein looky looky again so obrisch da bei denen das glaube ich war was die weine die weinpreschen genau ich habe eine idee so Nein, das ist doch nur ein Millimeter. Ich brauche mir nur Kondoshuhen. Jetzt, ja, jetzt. Jetzt schon wieder so teuer. Ich werde nicht mehr. Hm, das was hilft. Ich glaube nicht, das wird, ja, glaube ich auch. Oh, da, da, jetzt. Nein. Nein. Try again. Nein. Mal schauen. Dann drücken wir auf Try again. Ich denke aber, dann spielt das nochmal. So. Jetzt. Wieder da. Und dann da. Kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. 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 Jetzt habe ich sogar noch öfter noch übrig. Da kann ich mir sogar noch was verkaufen. Ja. Ja. Das war hier die Statik weg. Ja. Bis auf einen Dollar. Ja. Schon wieder. Na gut, dann ziehen wir den hier wieder ein bisschen näher rein. Ja. Du bist belägeret. Boah. Genau 16.000. Das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Was mache ich falsch? Was mache ich noch falsch? Nein, 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 nein. Ein bisschen teurer. Das machen wir erstmal so. Wusste ich doch. Das klappt gar nicht so. Das muss schon so sein. Jetzt knickt er so weg. Das hat doch keinen Spaß hier. Nein, das bringt nichts. Das brauchen wir schon. Das brauchen wir. Was gibt es damit? Was gibt es damit? Hör mal den weg. Den weg. Den weg. Den weg. Warte mal. Wenn ich das jetzt anders mache. Den hier ein bisschen hoch. Mach das da hier so ein bisschen hoch. Vielleicht ein langsamer gut. Vielleicht passt das hier dran. Und den dann so hoch so. Vielleicht den auch weg. Und dann Sprungschanze raus machen. Und dann noch ein bisschen runter. Das ist schön. Guck ich mal mal aus. Dann nehmen wir hier noch. Und dann nehmen wir hier noch. Und die. Und die. So. Dann nehmen wir hier noch. Und die. Und die. runter und noch mehr Woody, 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 Woody. Woody vom Woody. Ne, das ist schon wieder. Oh ja. Oder? Mist. Mist, Mist. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Die Folge dauert auch schon jetzt so lange. Jetzt haben wir wieder nicht auf die Uhr geschaut, aber ich habe so ein Urin. Wenn der nicht richtig hier sitzt, dann geht auch gar nichts. Sobald er da ist, kracht die Brücke zusammen. Kommt das Boot dagegen? Das Boot knallt dagegen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hoffe ja nicht, dass es die ganze Zeit dagegen knallt ist. Boah, nochmal. Boot ist durch, das ist auch durch. Die Verstrebung weg. Und die Verstrebung auch weg. Oh, ja. Oh, wie war das nicht gut gewesen? Nein. Oh. 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 Das ist so eine Schlinge, die gebrochen ist. Na, jetzt spricht er sofort. So, ich habe sie weggemacht, jetzt bricht er hier weg. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwo muss ich sparen, aber wobei? Bei denen hier vielleicht? Da bringt nichts, da bringt auch nichts. Und das ist ja jetzt das eine. Das kann doch nicht sein. 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 Ich habe es geschafft. Nein! Ich habe mein Budget überschritten. Oh! 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 Aber er ist wohl gekommen. Naja, nicht ganz. Das kann man auch keinen sagen. Der rollt vorher weg. Das gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Jetzt. Nein. 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 Ich habe das hier schon ein bisschen stabil gemacht. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, Mensch. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, nach dieser Runde brauche ich erstmal eine Woche Pause von dem Spiel. Das spricht da vorne. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Okay, so hätte ich es jetzt geschafft. Ich habe einfach die eine Dingens mit einer Dingens ausgetauscht. Dann war der Dingens weg und es hat geklappt. Jetzt muss ich es billiger machen. Jetzt drücken wir die Daumen. Ja, ich habe es geschafft. Der Brückemeister ist wieder da. Okay. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr bei dieser hafstreuenden Polybridge zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es Polybridge heißt. Aber ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Pause davon. Mein Kopf wegweint. Oder auch nicht. Ja, erstmal. Zum nächsten, damit es gespeichert ist. Schauen wir mal, was hier ist. Oh weia. Zwei Boote. Und fahren alle gleichzeitig los? Nein. Okay. Schauen wir mal. Straßen. Zwölf Straßen. Das wäre zum Beispiel schon mal ganz durch, denke ich mal. Ja, das wäre ganz durch. Gerade durch. Gerade, gerade durch. Dann haben wir hier noch. Filtrolix. Okay. Thema Stahlfiltrolix. Gut. Okay. Wie es weiter geht, werdet ihr dann mal in der nächsten Folge sehen. Wenn ich das bis dahin überlebt habe. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.